Hallo Leute, mein Name war Sparplayers und heute spielen wir mal kein Spiel, ich habe hier nur ein bisschen Gameplay im Hintergrund und ich wollte einfach sagen, für das Weihnachts-Special habe ich mir gedacht, ich mache einen Stream, falls das funktioniert, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, weil ich weiß nicht, ob ich das in das Video mit reingenommen habe, aber mein Stream-Programm will einfach nicht funktionieren immer, aber falls es funktioniert, dann wird um 12 Uhr bis 14 Uhr denke ich mal oder bis 13 Uhr oder keine Ahnung, so lange wie wir es halt wollen, werde ich einen Stream veranstalten mit vielleicht ein paar Freunden, wir spielen wahrscheinlich einfach mal alle Spiele, die ich auf meinem PC finden kann und das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte und zur Zeit waren ja sehr viele Veränderungen auf diesem Channel, das Hauptspiel hat sich geändert, das ganze Setup hat sich geändert und ich hoffe, ihr mögt es trotzdem meine Videos hier noch, aber ja, das ist eigentlich alles, was ich hier sagen wollte und falls euch meine Videos gefallen, also das ist ja hier nur Durchsage, falls euch meine Videos gefallen, dann könnt ihr noch ein Abo oder ein Like da lassen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, ciao! Outro Outro Outro